Ich möchte dir diesen Porsche gern schenken. Ist das wirklich ihr Ernst? 100 Meilen die Stunde im dritten Gang! Ein super Auto! Ja! Ein super Mädchen! Hallo! Ein super perfekter Mod! Tu es! Beinahe! Was wollen die von dir? Was sind das für Kerle? Oh nein, nein, nein! Ich will nicht! Ich will nicht mit dir in einer Porsche sterben! Er wird uns töten! Seit wann lohnt es sich für ein paar heiße Reifen zu sterben? Dream Machine mit Corey Haim, dem neuen Supercoolen aus Hollywood. Evan Richards, einem der großen kommenden Komiker. Und in ihrem ersten Film das 100.000 Dollar Topmodel Britney Lewis. Dream Machine, eine Traumkomödie.